4. Die Turnhalle des Trainingszentrums war groß genug, um sie zu teilen und trotzdem noch zwei reguläre Basketballplätze darin unterzubringen. Der Raum war 15 Meter hoch, mit vergitterter Beleuchtung, und auf den Längsseiten zogen sich gestaffelte Tribünenbänke wie Flügel nach oben. Es gab zwei Anzeigetafeln, die für Spiele abgesenkt werden konnten, sowie verschiedene Körbe und Zielbretter, die sich ebenfalls an Armen einklappen ließen. Der Fußboden hatte die Farbe von Honig. Die lackierten Kiefernbrettern mit den Basketballmarkierungen gehörten zu der Sorte, die Turnschuhsohlen zum Quietschen brachten. Peyton ruhte sich auf einen Metallklappstuhl direkt neben einem der Eingänge aus. In einer Hand eine Flasche von Vicious Grey Goose und in der anderen eine geöffnete Tüte Cracker. Erstere hatte er zur Hälfte geleert. Von letzterer waren nur noch ein paar Krümel übrig. Die ungesunden Salzgebäckstücke mit Käsegeschmack hatten sein letztes Mal dargestellt. Er hatte große Sehnsucht nach einer Bonn. Doch die Brüder hielten nichts von Drogen. Außerdem erfüllte Wodka den Zweck ebenso gut. Er war auf eine Art losgelöstem Schwebezustand, in dem sich sein Kopf anfühlte wie ein Luftballon, kaum noch mit seiner Wirbelsäule verbunden. Er war außerdem verdammt scharf. Boone, Craig, John Matthew und Novo spielten zwei gegen zwei. Das Echo ihres Dribbelns klang wie eine Marschkapelle, die sich nicht so richtig auf einen Rhythmus einigen konnte. Paradise war zusammen mit ein paar anderen drüben bei den Tribünen, immer noch mit ihren Aufzeichnungen in der Hand. Deshalb hockte er hier auf seinem Stuhl, direkt neben dem Ausgang. Da konnte sie kein vertrauliches Gespräch anfangen, ohne dass es aufgefallen wäre. Und sie wollte mit ihm reden. Immer wieder schaute sie zu ihm rüber und suchte seinen Blick. Pah, nichts da. Das würde auf keinen Fall passieren. Zum Glück hatte sie Sadist an ihrer Seite. Und Paradise Wissbegier zwang sie dazu, dem Bruder lauter Fragen zu stellen. Und bei Dingen, die sie sich notiert hatte, nachzuhaken. Da war sie schon bewundernswert. Und in Anbetracht der Tatsache, dass Python ihr für den Rest seines Lebens aus dem Weg gehen wollte, passte ihm ihr Wissensdurst gut in den Kram. Ein Rufen lenkte seine Aufmerksamkeit auf das Spielfeld. Novo hatte den Ball ergattert und steuerte auf den Korb zu. Wobei sie boongeschickt auswich und dann zwischen Craigs Beinen hindurch dribbelte. Sie versenkte den Ball mit einem Dunking im Korb, wie einst Michael Jordan Mitte der 80er Jahre. Als John Matthew ihr mit einem High Five gratulierte, lächelte sie. Ein echtes Lächeln. Einen kurzen Moment lang sah sie so jung aus, wie sie tatsächlich war. Ihre Augen blitzten. Ihre Züge wurden weich. Und ihre Aura schimmerte. Ihr könnt einpacken, ihr Loser, rief sie Boone und Craig zu. John Matthew und sie legten einen kleinen, athletisch präzisen Siegestanz aufs Parkett, während die Besiegten lautstark ihr Schicksal beklagten. Unvermittelt vergaß Peyton alles andere. Seltsam, wie man manchmal an jemandem, den man schon eine ganze Weile kannte, plötzlich etwas Neues entdeckte. Was er an Novo bemerkte? Sie war zutiefst unglücklich. Sonst würde dieser kurze Moment der Freude nicht so einen verdammten Kontrast zu ihrer Normalität darstellen. Prompt warf sie ihm einen Blick zu und brach auf der Stelle ihren Siegestanz samt Gesang ab. Eine kalte, harte Maske legte sich über ihre Züge. Dann drehte sie ihm den Rücken zu und ging zu Paradise und den anderen rüber. Wo sie eine Wasserflasche aus ihrer Sporttasche holte. Doch sie trank nicht. Stattdessen zog sie ihr Handy raus und betrachtete es mit gerunzelter Stirn. Als John Matthew hinter sie trat und ihr auf die Schulter tippte, zuckte sie erschrocken zusammen und ließ beinahe das Gerät fallen. Die Bruderschaft hatte vor kurzem den Empfang in den unterirdischen Räumlichkeiten verbessert, sodass Nachrichten und Anrufe nun zuverlässiger übertragen wurden. Was Segen und Fluch zugleich war. Manchmal war es gut, einfach Sendepause zu haben. Mit einem Kopfschütteln ließ sie John Matthew stehen, steuerte auf den Physiotherapie-Raum zu und verschwand hinter verschlossenen Türen. Payton sah zu, wie nun Xaxx und Payne gegen Bartsch und Vicious zum nächsten Match antraten. Doch nach etwa fünf Minuten Spielzeit stand er auf und schlenderte zum anderen Ende der Halle rüber. Novo hinterher Saxton schaffte es kaum bis zum Dessert. Sobald die Parfaits und das Obst abgetragen wurde, legte er seine gefaltete Serviette neben seinen unberührten Nachtisch. Nachdem er seinen Tischnachbarn einen guten Tag gewünscht hatte, schob er seinen Stuhl zurück und verließ die Tafel zusammen mit einigen anderen vereinzelten Gästen, die ebenfalls frühzeitig aufbrachen. Die Bruderschaft blieb nach dem letzten Mal der Nacht meist gemütlich sitzen, um sich noch bei Kaffee, Wein und einem Digestiv zu unterhalten. Doch das würde sich anfühlen wie doppelt lebenslänglich, plus Verbrennungen zweiten Grades am ganzen Körper. Willst du bei diesem Sturm wirklich nach Hause? Saxton blickte über die Schulter und versuchte, seine spontane Reaktion zu verbergen. Blay war ihm gefolgt, die Serviette noch in der Hand, als hätte er seinen Platz eilig verlassen. Also, verdammt! Wieder mal fiel ihm auf, wie schön der Krieger war, wie freundlich, wie klug, wie liebenswürdig, wie einfühlsam. Ich komm schon klar, erwiderte Saxton. Er glaubte seine Worte selbst kaum, vor allem, da er der Quelle seines Schmerzes so nahe war. Was er eigentlich gern sagen wollte, war, Du fehlst mir. Ich will Dich in die Arme schließen. Ich möchte mich wieder ganz fühlen, einen Sinn spüren und... Das Wetter da draußen ist wirklich scheußlich. Saxton atmete tief durch. In die Stadt ist es ja nur ein Katzensprung. Blay runzelte die Stirn. In die Stadt? Warum? Entschuldige, das geht mich nichts an. Ich bin vor drei Monaten umgezogen. Moment, ich dachte, Du wohnst in diesem Haus von Frank Lloyd Wright. Nein, das habe ich hergegeben und dafür Reefs Penthouse im Commodore gekauft. Blay zog die rotblonden Augenbrauen hoch. Und was ist mit Deinem viktorianischen Anwesen? Verkauft. Aber Du hast dieses, das Haus geliebt. Ich liebe auch mein neues Zuhause. Wow. Nach kurzem Zögern lächelte Blay. Also, bei Dir scheint's ja ziemlich aufwärts zu gehen. Was den Wohnort betrifft, auf jeden Fall. Nach einem kurzen Schweigen fühlte Saxton sich gezwungen zu sagen, Deine Kleinen entwickeln sich ja prächtig. Blay warf einen Blick auf Con und die beiden Wippen, die von der Küche reingebracht worden waren, und sagte, man hat so viel Freude mit ihnen. Es ist auch eine Menge Arbeit, aber wir teilen sie uns zu viert auf. Der Vampir verschränkte die Arme vor der Brust, aber auf ganz lässige Art. Mann, ich hab das Gefühl, wir haben uns schon ewig nicht mehr unterhalten. Wir beide haben viel zu tun, und Du liebst einen anderen. Ich freue mich für Dich. Alles scheint sich zum Guten zu wenden. Zumindest, wenn man Kön hieß. Aber für Dich doch auch. Der König und Du, ihr leistet echt gute Arbeit zusammen. Apropos, kann ich Dich diesbezüglich was fragen? Es geht um die Nachbarin meiner Eltern. In dieser Sache hätte ich wirklich gern Deine Einschätzung. Ach so, hier ging es gar nicht um seinen Heimweg durch den Schneesturm, sondern um die Arbeit. Ja, natürlich, erwiderte Sexton in, wie er hoffte, freundlichem, ruhigem Tonfall. Während Blay die Fakten vor ihm ausbreitete, stellte Sexton fest, wie er sich von der Wirklichkeit entfernte, sich in sein Innerstes zurückzog, meilenweit weg von diesem höflichen, weitgehend unkomplizierten Gespräch über Grundbesitz. Grausamkeit hatte so viele Gesichter. Blay quälte ihn nicht absichtlich, das wusste Sexton. Es hätte ihn zweifellos schockiert, zu erfahren, dass er mit dieser herzlichen, lockeren Unterhaltung gerade ein Loch in die Seele seines Gegenübers riss. Entschuldige, unterbrach Sexton ihn. Ich unterbreche dich nur ungern. Aber vielleicht könntest du mir das in einer E-Mail zusammenfassen. Dann antworte ich, sobald ich Zeit finde. Wenn ich noch los will, sollte ich vermutlich sofort starten. Oh, ähm, ja, natürlich, bitte entschuldige. Deine Sicherheit steht an oberster Stelle. Ich hätte dich damit nicht so überfallen sollen. Blay legte Sexton die Hand auf die Schulter. Sei vorsichtig da draußen, im Schneesturm. Vielen Dank. Wobei es unter diesem Dach noch viel gefährlicher für mich ist, fügte Sexton im Stillen hinzu. Mit einer mechanischen Verbeugung verabschiedete er sich von seinem früheren Geliebten. und als er sich umdrehte, stellte er erfreut fest, dass sein Mantel samt Aktentasche immer noch neben der Anrichte lag, wo er sie zuvor deponiert hatte. Er zog den Mantel über, durchquerte das Foyer und trat hinaus in den Vorraum. Dort blieb er stehen und ließ den Kopf hängen. Sein Herz klopfte vernehmlich. Er fühlte sich verschwitzt, selbst hier im Kühlen. Es funktionierte einfach nicht. Die Sache mit Cordwell. Er liebte seine Arbeit für den König. Aber ständig in der Nähe dessen zu sein, was er verloren hatte und nie wiederbekommen würde, laugte ihn aus. Blay und alles, was sie in dieser kurzen Zeit miteinander geteilt hatten, war der Grund, weshalb er in ein Penthouse unterm Himmel gezogen war. In seinem alten Haus waren die nötigen technologischen Updates nicht möglich. Und sie beide hatten zu viel Zeit in seinem geliebten viktorianischen Anwesen verbracht. Es war ihr Liebesnest gewesen, wenn sie sich auf der Suche nach Privatsphäre davongestohlen hatten. Sie hatten sich im großen Schlafzimmer geliebt, Seite an Seite vor dem offenen Feuer gelegen, sich über die intimsten Dinge unterhalten und gemeinsam gegessen, Bücher und Zeitschriften gelesen, zusammen unter der Dusche gesungen und miteinander in der Badewanne mit den Klauenfüßen gelacht. Er hatte davon geträumt, dass sie sich für immer dort niederlassen und eine Familie, wie auch immer geartet, gründen würden. Gemeinsam die Höhen des Lebens genießen und seine Tiefen ertagen würden. Natürlich hatte er dort nicht bleiben können. Er wollte Blay nicht jede Nacht zu Gesicht bekommen und sich Sorgen um ihn machen, wenn er mit den Brüdern in den Kampf zog, sich daran erinnern, wie es war, Sex mit ihm zu haben und dann nach Hause gehen, an den Ort, wo der letzte Punkt dieser Liste an traurigen Erinnerungen auf so ziemlich jeder freien Fläche und einigen weniger freien stattgefunden hatte. Es war die Hölle! Ein rhythmisches Schaben riss ihn aus seinen Gedanken und er runzelte die Stirn. Das Ohr an die Tür des Vorraums gedrückt, versuchte er zu identifizieren, was es war. Er war sich jedoch sicher, dass es direkt von draußen kam. Sollte es sich um Lässer handeln, würden zur Sicherheit sämtliche Jalousien runterfahren. Aber so laut und dringlich klang es nun wiederum auch nicht. Sachsen stellte seine Tasche ab, schlang sich den Schal um den Hals und fixierte die über der Brust gekreuzten Enden, indem er den Mantel bis oben hinzu knöpfte. Dann öffnete er die Tür. Der Wind schlug ihm wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Dazu eine Ladung Schneeflocken, die ihm fast die Sicht raubten. Der beißende Ansturm hielt jedoch nicht lange an. Mit dem nächsten Atemzug drehte sich der Wind in eine andere Richtung. Und wie eine Horde Fans einem Rockstar folgten die Flocken dem Anführer und hinterließen ein Vakuum, das Sexton freie Sicht verschaffte. Schttt und hoch. Schttt und hoch. Schttt und hoch. Ruhn schaufelte riesige Ladungen Schnee über die Schulter. Seine Bewegungen waren kraftvoll. Er zeigte keinerlei Ermüdungserscheinungen, obwohl der Weg, den er von der Eingangstür aus freilegte, über einen Meter tief in die Schneewehen schnitt. Man fragte sich, weshalb er sich die Mühe machte. Vor der Morgendämmerung würde niemand hier ein- und ausgehen. Und danach ganz sicher auch nicht, trotz der dicken Wolkendecke. Was für ein muskulöser Körper! Während Sexton die rhythmischen Bewegungen verfolgte, das Nach-Vorn-Schieben, das Hoch-Hieven, die endlosen Wiederholungen, regte sich etwas in ihm, was ihn überraschte. Seit Blay sein Leben gestreift und verbrannte Erde hinterlassen hatte, hatte Sexton niemanden mehr wirklich wahrgenommen. Natürlich hatte es sexuelle Begegnungen gegeben. Doch er fand schnell raus, dass sie seinen Schmerz nicht linderten. Und keiner von den Kandidaten hatte echten Eindruck hinterlassen. Nun stand er hier, inmitten eines Schneesturms, betrachtete ein breites Paar Schultern und die schwungvollen Bewegungen eines Oberkörpers, zu dem zwei starke Beine gehörten. Als hätte Ruhn gespürt, dass jemand hinter ihm stand, wandte er sich abrupt um. Oh, Verzeihung! Ich versperre euch den Weg! Überhaupt nicht! Ein Windstoß fuhr zwischen ihnen hindurch und trieb eine Wolke aus Schneeflocken vor sich her. Dann trat Ruhn einen Schritt zurück in den frischen Schnee und ließ die Schaufel sinken. Mit gebeugtem Haupt faltete er die Hände über dem Griff und nahm die Haltung eines Dienstboten ein, der bereit war, wenn nötig, sogar die tödliche, aufgehende Sonne abzuwarten, um den sozial Höhergestellten vorbeigehen zu lassen. Warum bist du hier draußen? erkundigte sich Sexton. Ruhn hob erstaunt den Blick. Ich, ähm, irgendjemand muss doch den Weg freimachen. Fritz hat eine Schneefräse. Der ist im Haus beschäftigt. Ruhn starrte nun wieder auf den Schnee zu seinen Füßen. Und ich möchte mich gern nützlich machen. Weiß er, dass du das tust? Was für eine alberne Frage. Völlig unabhängig von Ruhns Stellung vor seinem Einzug war er nun Gast im Haus der Hohenfamilie. Und als solcher hier draußen in einem Sturm körperliche Arbeit zu verrichten, der Doggen würde einen Anfall bekommen. Ich verrate es niemandem. Sexton schüttelte den Kopf, obwohl sein Gegenüber zu Boden blickte. Versprochen. Die hellbraunen Augen sahen ihn wieder an. Ich, ähm, ich will keine Schwierigkeiten machen. Aber es ist einfach so, eine weitere Windböe fegte über sie hinweg. Und Sexton musste das Gewicht verlagern, um nicht umgestoßen zu werden. Als sich das Wetter wieder etwas beruhigt hatte, wartete er darauf, dass Ruhn seinen Satz beendete. Du kannst mit mir reden, sagte er, als der andere schwieg. Ich bin Anwalt. Ich bin es gewohnt, Dinge für mich zu behalten. Schließlich schüttelte Ruhn den Kopf. Es passt einfach nicht zu mir. Was? Hier zu sein und nichts, nichts zu tun. Der Blick des Vampirs wanderte über die grauen Umrisse des riesigen Anwesens. Das ist einfach nicht richtig. Du bist ein Ehrengast. Nein, das bin ich nicht. Oder sollte es nicht sein. Und ich möchte... Als er wieder verstummte, versuchte Sexton, ihn zu ermuntern. Was möchtest du? Ich will mich nützlich machen. Ruhn runzelte die Stirn. Wollt ihr wirklich bei diesem Wetter fort? Sehe ich denn so zerbrechlich aus? Ruhn verbeugte sich tief. Verzeiht mir, ich wollte euch nicht beleidigen. Nein, nicht doch. Sexton trat einen Schritt vor, die Hand ausgestreckt, um sein Gegenüber zu beruhigen. Doch dann bremste er sich. Das war nur ein Scherz. Schon in Ordnung. Es ist nett, dass du dich um mich sorgst. Und sei bitte nicht so förmlich. Sag du zu mir. Es folgte betretenes Schweigen. Sexton entging nicht, dass Schneeflocken in Runes dunklen Haaren gelandet waren und seine Schultern bedeckten. Es lag ein Duft in der Luft. Betörend und erregend. Der Geruch eines durchtrainierten Mannes, der sich körperlich anstrengte. Beim Schleier. Selbst mitten im Schneesturm weckte dieses kantige Profil in Sexton den Wunsch, seinen Schal etwas zu lockern. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. meinte er schroff. Aber bleib hier draußen, solange du willst. Irgendwie müssen wir uns ja alle mal abreagieren. Mit diesen Worten dematerialisierte er sich hinaus in die schwindende Nacht. Als er sich bereits in seine Moleküle aufgelöst hatte, kam ihm der flüchtige Gedanke, dass am folgenden Abend, wenn er zurückkehrte, womöglich der gesamte Berggipfel schneefrei sein würde. Die nötige Kraft und Ausdauer dafür, Shinurun jedenfalls zu besitzen. Ich habe es schon wieder hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.